Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von mit offenen Karten. Heute beginnen wir mit einem Lächeln der Außenbeauftragten der Europäischen Union, Federica Mogherini, die den 13. November als einen historischen Tag für die europäische Verteidigung bezeichnet. An dem Tag unterzeichneten nämlich die Minister aus 23 Mitgliedstaaten eine Vereinbarung über 20 Massnahmen zu einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit. Es handelt sich darum, bei der Beschaffung von Rüstungsgütern enger zusammenzuarbeiten. Denn der Weg zu einer echten gemeinsamen Verteidigungspolitik ist noch lang. Dabei geht es nicht um die Bildung einer europäischen Armee. Die Verteidigung soll weiterhin Sache der Nationalstaaten sein, die sich manchmal schwer tun, über eine Verteidigung der EU nachzudenken, die als wirtschaftlicher Riese, politischer Zwerg und militärischer Wurm gilt. Die Europäische Union mit ihren 512 Millionen Bürgern gilt als Oase des Friedens. Seit 67 Jahren hat kein Mitgliedstaat gegen einen anderen Krieg geführt. Aber von Brüssel aus gelangt man in weniger als fünf Flugstunden in Regionen globaler Instabilität, Libyen, Syrien, Mali und die Ukraine. Deshalb macht man sich Gedanken über eine gemeinsame Verteidigung. Im Süden ist seit den Aufständen in der arabischen Welt ab 2011 der Mittelmeerraum von Instabilität geprägt. In Libyen herrscht Chaos, in Syrien Bürgerkrieg, in Tunesien Enttäuschung und in Ägypten Repression sowie der Status Quo. Angesichts dieser Krisen hat die EU vor allem abgewartet und die Mitgliedstaaten haben sich kaum untereinander abgestimmt. Das Gleiche gilt für die Migrationskrise. 2015 kamen über eine Million Menschen über den Balkan und Griechenland. 2016 waren es 387.000, die vor allem über Italien kamen, was in Mitteleuropa und bis hin nach Dänemark zu Spannungen führte. Ungarn errichtet einen von der Armee bewachten Stacheldrahtzaun gegen die Migranten. Die meisten der Asylbewerber sind Syrer, Afghanen und Iraker. Zahlreiche europäische Länder waren oder sind an den Kriegen, die zu diesen Migrationswellen führten, militärisch beteiligt. In Afghanistan nahmen 25 EU-Länder an der Seite der USA an der Intervention nach dem 11. September teil, angeführt von Großbritannien und Frankreich. Am Irakkrieg nahmen 2003 nur Großbritannien und Polen an der Seite der USA teil, aber 15 Staaten halfen bis 2009 bei der Stabilisierung des Landes. Im Irak und in Syrien kämpfen 18 EU-Länder gegen den sogenannten Islamischen Staat. Dazu kommt die Bedrohung durch den Terrorismus. In der EU wurden seit 2010 26 Anschläge verübt, neun davon in Frankreich und sechs in Deutschland. Daraufhin wurden überall in Europa die Gesetze gegen Terrorismus drastisch verschärft. Im Osten hat es die EU mit dem zunehmenden Druck Russlands zu tun, dessen jenseits der eigenen Grenzen stationierten Truppen hier zu sehen sind. Im März 2014 annektierte Russland die Krim, die zur Ukraine gehört, woraufhin es zu Sanktionen seitens der USA, Kanadas und der EU kam. Und im Juli 2014 wurde ein Flugzeug von Malaysia Airlines über den abtrünnigen Gebieten im Osten der Ukraine abgeschossen. Unter den 298 Opfern befanden sich zahlreiche niederländische Bürger. Einer Untersuchung zufolge hatte es sich um eine russische Rakete gehandelt. Schließlich sind die 28 Mitgliedstaaten zunehmend Cyberangriffen ausgesetzt, vor allem aus Russland. 2007 war Estland weltweit das erste Opfer eines Cyberkriegs, der das Land drei Tage lang völlig lahmlegte. 2016 waren laut Brüssel 80 Prozent der europäischen Unternehmen Cyberangriffen ausgesetzt. Angesichts dieser Krisen steckt das Europa der Verteidigung noch in den Kinderschuhen. Die EU ist vor allem eine Wirtschafts- und Handelsunion und die Verteidigung bleibt den Mitgliedstaaten vorbehalten. Dabei planten die sechs Gründerstaaten bereits 1950 die Schaffung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft mit einer gemeinsamen Armee. Aber die EVG wurde 1954 vom französischen Parlament abgelehnt. Deshalb wird Westeuropa auch heute noch im Wesentlichen von der NATO verteidigt. Die NATO wurde 1949 von den USA, Kanada und zehn europäischen Staaten gegen den Ostblock gegründet. Europa war durch den Kalten Krieg gespalten und nur wenige Staaten blieben neutral. Das System war für die Europäer von Vorteil, da die USA den Hauptteil ihrer Verteidigung übernahmen, mit 300.000 US-Soldaten und einem atomaren Schutzschild in Westeuropa. Der NATO trat nach dem Zerfall der UdSSR mehrere osteuropäische Staaten bei. Allerdings führte das zu einer großen Abhängigkeit von den USA in den entscheidenden Bereichen Aufklärung, Raketenabwehr, Luftbetankung und elektronische Kriegsführung. Diese Abhängigkeit von der NATO, deren Hauptquartier sich im belgischen Mons befindet, kam unter anderem darin zum Ausdruck, dass es die NATO und nicht die EU war, die in den 90er Jahren in die Jugoslawienkriege eingriff. Aber die EU war nicht ganz untätig geblieben, dank ihrer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die zum Vertragswerk der Europäischen Union gehört. Inzwischen führt die EU sechs Missionen durch. In Bosnien-Herzegowina führen seit 2004 600 Soldaten eine Stabilisierungsmission durch. Vor der Küste Somalias stellen 15 EU-Staaten seit 2008 drei Kriegsschiffe und 1200 Soldaten für den Kampf gegen Piraterie. In Somalia der Zentralafrikanischen Republik und Mali bilden 900 Soldaten Streitkräfte in der Terrorbekämpfung aus. Und vor der Küste Libyens geht man seit 2015 mit vier Schiffen, zwei Hubschraubern und drei Flugzeugen gegen Schleuser vor und bildet die libysche Küstenwache aus, was insofern kritisiert wird, als es dabei nicht um die Rettung in Seenot geratener Migranten geht. All das zusammengenommen sind es aber nur 3.300 Soldaten, das sind 0,2 Prozent der europäischen Truppen. Man könnte noch die über 6.500 Blauhelmsoldaten hinzufügen, die EU-Mitgliedstaaten für etwa 20 UN-Missionen zur Verfügung stellen. Das größte Kontingent stellt Italien mit über 1.000 Soldaten an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel. Danach kommen Frankreich und Deutschland im Libanon und in Mali und Großbritannien in Zypern und im Südsudan. Aber die kürzliche Verstärkung der Ostgrenze der EU war wiederum eine Maßnahme der NATO. Im September 2015 stationierte sie dort etwa 1.000 Soldaten, vor allem aus EU-Ländern, um die drei baltischen Staaten und Polen angesichts der Annexion der zur Ukraine gehörenden Krim durch Russland und der Ausflüge russischer U-Boote in die Ostsee zu beruhigen. Im Juni 2017 führte die NATO darüber hinaus umfangreiche Manöver in Litauen und Polen durch, auf die Russland mit eigenen Manövern reagierte. Und nach dem Cyberkrieg von 2007 wurde in Italien ein Cyber-Verteidigungszentrum der NATO eingerichtet. 2017 simulierten dort 900 Cyberkrieger aus 25 Ländern Angriffe auf elektrische Anlagen und Kommandoeinrichtungen. Inzwischen wird die Frage der Finanzierung der NATO immer akuter. Obwohl der Kalte Krieg zu Ende ist, kommen die USA immer noch für über zwei Drittel der Ausgaben der NATO auf, obwohl sie nur knapp die Hälfte des gesamten Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Die USA blicken mehr und mehr nach Asien und erwarten, dass Europa seinen Anteil übernimmt, was seit der Wahl von Donald Trump nur noch intensiver gefordert wird. 2006 hatten die europäischen NATO-Staaten versprochen, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Aber bis 2016 waren nur Griechenland, Estland, Großbritannien, Polen und Rumänien ihren Verpflichtungen nachgekommen. Die künftige ständige strukturierte Zusammenarbeit, kurz PESCO, ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer europäischen Verteidigung. Alle EU-Länder nehmen daran teil, aus Malta, Dänemark und dem Noch-Mitglied Großbritannien. Im Juni 2007 wurde ein europäischer Verteidigungsfonds eingerichtet. Er soll jährlich über 5,5 Milliarden Euro verfügen, das sind 3,5 Prozent des EU-Haushalts. 500 Millionen Euro sollen für die Bereiche Militärelektronik, Robotertechnik und verschlüsselte Software ausgegeben werden. 1 bis 5 Milliarden Euro sollen jährlich für den gemeinsamen und dadurch billigeren Ankauf von Drohnen, Satelliten und Hubschraubern zur Verfügung stehen. Die EU müsste vor allem aufhören, ähnliche Produkte von verschiedenen Rüstungsunternehmen zu verwenden. Die EU-Länder haben 29 verschiedene Zerstörer und Fregatten, die USA nur vier, 17 verschiedene schwere Panzer gegenüber einem, 20 Jagdflugzeugmodelle gegenüber sechs. In der Rüstungsbranche setzt jedes Land auf seinen führenden Konzern. Frankreich auf Dassault und Schweden auf Saab. Selbst der von vier Ländern hergestellte Eurofighter wird nicht von allen Ländern gekauft. Die Niederlande und Dänemark kaufen lieber US-amerikanische F-35, die besser zum Rest ihrer Ausrüstung passen. Die Lösung bestände darin, europäische Weltkonzerne zu bilden, wie zum Beispiel durch die Annäherung der Militärschiffbranchen von Italiens Fincantieri und Frankreichs Naval Group, mit der man sich besser gegen die Konkurrenz aus China, Südkorea und Indien wehren will. Andererseits positioniert sich Naval Group gegen das deutsche Unternehmen ThyssenKrupp im Kampf um den Jahrhundertvertrag über den Bau von zwölf U-Booten für 35 Milliarden Euro für Australien. Der EU-Kommission zufolge kostet der Mangel an Zusammenarbeit zwischen 25 und 100 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn es den Europäern nicht gelingen sollte, sich gemeinsam zu verteidigen, könnten sie sich vielleicht auf eine gemeinsame Sicherheitspolitik verständigen. Ob es sich um Frontex handelt, da die Flüchtlingskrise von 2015 die Bedeutung einer stärkeren Überwachung der EU-Außengrenzen aufgezeigt hat, oder um Europol, das die Polizeibehörden der 28 Mitgliedstaaten beim Kampf gegen internationales Verbrechen und Terrorismus unterstützen soll. Das Budget der Behörde steigt, die interne Zusammenarbeit ist enger und sie verfügt seit Januar 2016 über ein neues europäisches Zentrum zur Terrorismusbekämpfung. Zum heutigen Thema empfehlen wir Faut-il enterer la défense européenne von Nicole Mesirteau vom Pariser Institut Jacques Delors und strategische Autonomie und die Verteidigung Europas, herausgegeben von Anna-Maria Kellner, Uwe Obtenhögel und Hans-Peter Bartels. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald. A bientôt. Untertitelung des ZDF, 2020